Was ist das Besondere am Surfen? Was ist das Besondere am Wind? Surfen, das bedeutet das Geheimnis zu leben. Auf diesem Geheimnis zu reiten, solange es geht. Und wenn es vorbei ist, dann ist es cool, denn du warst dabei. Du hast das Rätsel erkannt. Spürst du was? Was? Siehst du das? Nein! Sie kommen. Sie kommen. Die Wellen kommen, ich spür's. Das ist unser Surf, Süße. Das ist unser Surf. Ah! 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 Ja? Ah! Schroda! Oh! Ah! Ah! fö Untertitelung des ZDF, 2020